In dieser Lektion zeige ich Ihnen, wie Sie eine Person unkenntlich machen können. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Person gefilmt, die sollte aber nicht identifiziert werden können. Dazu können Sie zum Beispiel einen solchen schwarzen Balken über die Augen setzen und die Person sollte dann nicht mehr erkennbar sein. Das heisst, Sie haben als Ursprung ein solches Video, in der sich eine Person befindet, oder zum Beispiel ein Auto mit einer Autonummer und so weiter. Nun haben Sie die Möglichkeit, einen solchen schwarzen Balken über die Augen zu legen, der sich dann je nachdem mit den Bewegungen des Kindes oder der Person oder des Autos mitbewegt. Nun zeige ich Ihnen kurz, wie dies funktioniert. Ich lösche einmal diese beiden Clips und gehe davon aus, dass wir diesen Videoclip als Ursprung haben. Dieser schwarze Balken, also den, den Sie über die Augen legen, müssen Sie zuerst kreieren. Und zwar geht dies am einfachsten im Standard-Titel-Generator. Klicken Sie also im Album auf das T für die Titel und wählen Sie dann aus den Kategorien die Standard-Titel. Ziehen Sie einfach eine Vorlage auf die Titelspur und verlängern Sie den Titel gleich lang wie der Videoclip. Doppelklicken Sie nun auf den Titel und löschen Sie dieses Textelement, indem Sie es mit der linken Maustaste anklicken und dann auf das Papierkorbs-Imbol klicken. Am unteren Rand haben Sie die Möglichkeit, ein Rechteck hinzuzufügen. Klicken Sie einfach auf dieses Symbol und sehen Sie dann einen Rahmen. Wie Sie sehen, ist dieses Viereck nun nicht schwarz. Klicken Sie dann einfach auf dieses Register Benutzer definiert und wählen Sie als Oberflächenfarb nicht weiss, sondern zum Beispiel schwarz aus. Zudem benötigen Sie keine Kontur, also keine Umrandung und keinen Schatten. Sie können diesen Balken sehr klein machen. Das bedeutet aber, dass Sie jede Bewegung des Kopfes ausgleichen müssen. Es entsteht einfach mehr Arbeit. Wenn Sie den Bereich etwas grösser belassen, dann ist die Toleranz, in der der Kopf sich bewegen kann, etwas grösser. Ich belasse es jetzt einmal auf dieser Größe, um Ihnen einfach das Prinzip zu zeigen. Klicken Sie auf OK, um den Titeleditor wieder zu verlassen. Wie Sie nun sehen, bewegt sich das Kind im Hintergrund. Wenn Sie den Bereich gross genug wählen, dann spielt es keine Rolle, wer sich dahinter bewegt. Sie möchten aber gerne, dass Sie zum Beispiel nur die Augen überdecken. Falls Sie jetzt dieses Viereck etwas kleiner machen möchten, dann doppelklicken Sie einfach auf den Titel und verkleinern Sie das Viereck ein wenig. Ich lege es jetzt in diesem Fall genau über die Augen. Als nächstes benötigen wir einen Video-Effekt, um diesen schwarzen Balken der Bewegung des Kopfes mitzuführen. Dazu öffnen Sie die Video-Toolbox und dann die Option Video-Effekte. In der Kategorie Studio Ultimate RTFX haben Sie den Effekt 2D-Editor erweitert. Klicken Sie einfach zuerst den Titelclip aus und dann den 2D-Editor-Effekt und klicken dann auf OK. Klicken Sie dann einmal auf Zurücksetzen, da dieses kleine Viereck nun etwas verkleinert und gedreht wurde. Zurücksetzen setzt alle Parameter auf die Standardwerte zurück und versetzt das Viereck an die Position, an die wir es ursprünglich gelegt haben. Damit Sie nun dieses Rechteck verschieben können, analog der Kopfbewegung, müssen Sie die Keyframes anwenden. Wie Sie nun sehen, erhalten Sie zwei Keyframes am Anfang und am Schluss des Clips. Am besten gehen Sie wie folgt vor. Sie müssen nun für jede Bewegung des Kopfes einen neuen Keyframe setzen. Also das heisst, bei jedem Keyframe können Sie dann das Rechteck ein wenig verschieben. Ich skraube nun über diesen Videoclip und jedes Mal, wenn sich zum Beispiel der Kopf etwas bewegt, sage ich, ich möchte einen neuen Keyframe hinzufügen. Hier noch einmal. Das machen Sie so oft, bis Sie die ganze Kopfbewegung analysiert haben. Etwa so. Sie können natürlich im Nachhinein weitere Keyframes hinzufügen. Nun ist es wichtig, dass Sie die Parameter nur dann einstellen, wenn die Playline auf einem Keyframe zu liegen kommt. Also das heisst, Sie navigieren mit diesem kleinen Dreieck von Keyframe zu Keyframe. An dieser Position könnten wir zum Beispiel das Rechteck etwas nach links und etwas nach oben verschieben. Am besten geht das, indem Sie einfach die Zahlenwerte eingeben oder an diesem Schieberegler ziehen. Ich gebe einmal den Wert minus 2 ein. Sie sehen, dass das Rechteck nach links verschiebt. Und hier gebe ich zum Beispiel 3 ein. So kommt das Rechteck genau über die Augen zu liegen. Springen Sie dann zum nächsten Keyframe und korrigieren Sie das Rechteck analog. Also zum Beispiel verschiebe ich es um 3 Werte nach rechts und um 3 Werte nach oben. Springen Sie dann zum nächsten Keyframe und korrigieren Sie so Schritt für Schritt jede Position. So, bis alle Keyframes angepasst sind. Danach können Sie sich das Video einmal anschauen. Spielen Sie dazu einfach den Clip ab. Sie sehen nun, dass das Rechteck schön der Bewegung des Kopfes folgt. Dies können Sie nun noch etwas optimieren. An dieser Stelle zum Beispiel, hier, gelangt die Augen etwas weit nach unten. Das heisst, Sie könnten an dieser Position einfach einen weiteren Keyframe hinzufügen. Werte zurücksetzen und dann zum Beispiel etwas nach links und etwas nach unten. Wenn Sie den Film abspielen, dann sehen Sie das Resultat. Eine weitere Stelle wäre zum Beispiel diese. Fügen Sie einfach hier wieder ein Keyframe hinzu und passen dann entsprechend die Werte an. So, und so weiter. Wie Sie sehen, erhalten Sie hier unten diverse Keyframes. Achten Sie darauf, dass diese beiden Clips, also das Video und der Titelclip, zueinander synchron bleiben. Wenn Sie den Titelclip etwas nach rechts verschieben, dann stimmt natürlich diese Animation, also diese Keyframe-Animation, nicht mehr mit dem Video überein. Und es könnte sein, dass die Augen zum Vorschein kommen. Also wenn Sie diesen Videoclip in der Timeline verschieben möchten, dann müssen Sie immer beide zusammen verschieben.